so hallo zusammen wie ihr sehen könnt habe ich hier neuen bootsroutenhalter bzw schlepproutenhalter auf schlepproutenhalter komme ich gleich noch mal zurück hergestellt alles aus hochwertigem material rotwertiges metall hier wackelt nichts hier verbiegt sich nichts und er hält einfach am boot auch bei wellengang und so weiter hier ausgeschaltet mit einem schutz um die bordwand nicht zu verkratzen bezüglich bordwand der rutenhalter passt an jedes boot an jede bordwand an die bootswand von maximal 13 cm breite wie ihr sehen könnt und kann dann mittels dieser schraube ideal fixiert werden fest verschraubt werden dass auch nichts wackelt an dieser schraube hier kann der winkel je nach wünsche eingestellt werden wie eure rute fischen wollte in welchem winkel und somit auch den angeln bedingungen angepasst werden schlepproutenhalter durch diese funktion hier wir schon sehen könnt an dieser schraube lässt sich der winkel der rute einstellen sprich wenn ihr beim boots angeln auf jeder seite von eurem boot ein oder zwei ruten platziert könnt ihr die dann im entsprechenden winkel einstellen und somit kann man einfach mehrere ruten fischen und verschiedener boot platzieren ich hoffe ich konnte euch unseren neuen boots bzw schlepproutenhalter kurz vorstellen testet es einfach mal aus macht definitiv sinn beim schleppangeln in diesem sinne erhält ich bei eurem teckel diener viel erfolge im wasser und auf dem boot petri hall